wieso du mich in dem auto gelogen hast wer sagt dass ich gelogen habe vielleicht das ist ein anderer du weißt man es denk doch mal darüber nach warum ich deswegen gelogen habe wenn du ein bisschen dein gehirnchen ansteckst dann kommst du vielleicht selber drauf leute denkt doch mal darüber nach warum habe ich deswegen gelogen wenn ich wirklich gelogen ist ja vielleicht das gleiche vielleicht vielleicht schaut ja nur genau so gleich aus aber selbst wenn ich gelogen habe überlegt doch mal warum das ist doch eigentlich recht einfach ist doch offensichtlich liegt doch auf der hand um die hater zu täuschen täuschen vielleicht nicht unbedingt vielleicht eher verwirren vielleicht wollte ich dass die hater einfach sich gedanken machen vielleicht wollte ich dass die hater sich mal wieder das maul zerreißen vielleicht wollte ich mal wieder zeigen wie aggressiv und abgefuckt die hater sind weil die sich wegen jedem scheiß aufhängen benutzt doch mal euren kopf zum denken leute ihr seid doch alle besser als ich seid doch alle schlauer als ich dann müsstet ihr das doch eigentlich von alleine checken